Herzlich Willkommen zu Türchen 21. Wir waren bei den Beinen vom Ochsen, die in diesem dunklen Grau eingepackt wurden. Hier sind wir schon bei den Vorderbeinen. Auch hier direkt über den dunklen Hufen wird ein kurzes Stückchen hell gelassen und dann beginnt das dunkle Grau. Das ist nicht schlampig, das ist absichtlich. Und das Eselchen, da habe ich mich entschieden, es auch grau zu machen, allerdings in einem hellen Grau. Die Hufe waren hier nicht dunkel, sondern eher hell. Aber das Fell sollte in einem hellen Grau gemacht werden. Hier die Vorderbeine. Mit der Farblage wird dann auch dieser Knick verstärkt. Damit es hier wirklich zu falschen Knien abgeknickt kommt. Und dann ist auch schon das Hinterbein dran, wird in hellgrau eingepackt. Auch das kleine Stückchen, das unter dem Bauch hier vorsieht, wird in hellgrau eingepackt. Dann geht es weiter bei den Ochsen. Da wird der Körper eingepackt. Ja, wir nähern uns Weihnachten, da kann man schon mal viel einpacken. Dann wird das erste Bein montiert. Das zweite Bein montiert. Der Körper weiter eingepackt. Hals- und Kopfbereich. Die Vorderbeine montiert. Eins rechts, eins links. Und der Rücken. Das Maul vorne bleibt weiß. Und bevor wir den Rest machen am Kopf. Weiter ins nächste Türchen.